so die garnison wird hier gestärkt vorgehandelt die küsse ist sicher und eure soldaten hatten wache ich schätze dass ich die tor jetzt bedinglos öffnen kann willkommen im vergessenen königreich ruhig wieder waffen wir wollen schon dort haben haben wir prestig gemäht macht weiter so ok katzin euch erwarten wilde unerforschte landstrichen vielleicht findet ihr hoffnung und heim für das entwurzerte volk vertanen steuert eure rechtschaftenheit unter beweis und legt den grundstein für ein unabhängiges bank königreich ja das ist ja auch der sinn der sache im norden findet ihr ein reich von wilden das von grausamen und schwerbewerbten kriegern beherrscht wird die festung der wilden ist im land weiterhin sichtbar und bietet dem häuptling der wilden schutz ihr benötigt platz für eure rebellenkönigreich müsst ihr alle sektoren mit gewalt befreien den häuptling besiegen und die festung der wilden erobern das ist eine sache ja die mosten erstreckt sich eine halbinsel unter der herrschaft verstockte heiden reitnischen lateralfall sind mitten eines an der küstgelegen steinkreises heute dieses land unterwerfen bleibt es nicht alles übrig als alle heiden zu bekehren und den steinkreis zu weihen schließlich ist da noch eine verlassene wildnis im süden und möglicherweise wurde das dortige tal durch einen gewaltigen erdrutsch blockiert ihr müsst eine felssprengung vorbereiten um den weg frei zu machen sobald ihr durchgebrochen seid solltet ihr euch solltet ihr geld bereithalten denn ihr müsst die einzigen bestechen die hier hausen sie würden ein wenig verschroben sein aber der glanz von gold müssen lässt sie froh loben also ja wie ich mir gedacht habe schon in der letzten aufnahme session ja besiegt den häuptlichen der weder seiner festung eroberten sektoren bekehrt sektoren sektoren bestochen wenn wir uns gerade mal angucken was wir da so senden müssen hauptsächlich 1 1 1 hier weit den steinkreis ahja den müssen wir dann als letztes erforschen aber den steinkreis dann weihen das wird das aufwendigste erstmal müssen wir allerdings hier reinkommen könnte mir fast schon dazu durchringen hier keinen schaden anzurichten einfach das was sie hier an gold und so verlangen zu liefern ja machen wir das einfach so hier sei es wieder repariert ja 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 ich bin wirklich drauf und dran zu versuchen hier einfach mal aufzuforsten zu gucken ob die tiere zurück kommen aber wir kriegen wieder fleisch langsam so es fehlt noch ein bisschen klamotterie also ja was brauchen wir um hier durchzukommen was geht eigentlich und nachher um die zu bestechen wenn wir gold brauchen ja ok wie gesagt erstmal das territorium einnehmen und unsere landwirtschaft auf ein sehr hohes niveau anheben der hier ist schon ziemlich stark eigentlich vor allen dingen seine territorien sind alle befestigt das ist das hauptproblem was wir haben werden also wir werden viel parallele arbeit leisten müssen sonst dauert das teilweise ewig bis wir irgendwo durch sind aber wie gesagt erstmal wirtschaft stärken wir brauchen mehr nahrung wir brauchen viel getreide wir müssen hier eigentlich alles an bäumen abreißen ach gold und kohle könnten wir hier abbauen und die steine da oben könnten wir auch abbauen gibt's wir müssen uns hier 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 Oh, so wie es aussieht, ist der Karren unterwegs. Ah, da ist er ja schon. Mit diesem Außenbosten unter eurer Kontrolle bringt ihr die anderen Frieden. Sehr gut. Äh, ja. Also wie gesagt, erst einmal brauchen wir hier zwei Zentralgebäude. Ja? So. Ich bin ausgebaut. Wir können mit unseren Armeen einziehen. Und müssen wieder Beizen kaufen. Noch. Verkaufen auch noch zehn Ringe. Äh, also 20 Ringe mal. So. Während gebaut wird... so. Gott. Gott. indo. Wenn wir hier schon mal ein bisschen planen. So, ich wollte jetzt groß abreißen. Ich könnte mehrere Bäume gleichzeitig abreißen. Geht leider nicht. Geht leider nicht. Ja, wahrscheinlich wäre es schneller, wenn ich einfach einen Haufen Holzfäller hinschicken würde. Wie viele Holzfäller haben wir eigentlich überhaupt hier? Da war ein Holzfäller gerade mal, okay. Oh, ich habe mir übrigens meine Förster hier errichtet. So, da forstet man hier und hier auf. Mal sehen, was passiert. Und du jagst bitte da oben. So. So, die Straßen in alle Himmelsrichten ausbauen. Ich baue euch die Straße hier. Noch habe ich mehr als genug Stein, um mir das leisten zu können. Und baue ja auch noch weiter fleißig Steine ab. So. Go, wut. Go, wut. Gebäudeausbau fertiggestellt. Ach ja, hier sollten wir dann auch noch ausbessern. Hier ist alles ausgebessert. Hier ist alles ausgebessert. Gut. Oh. Hier könnten wir auch ausbessern. Du hast keine Kohle mehr. Ah ja, okay, wir haben genug Kohle, dann brauchen wir da jetzt nicht so sehr drauf Acht geben. Aber ja, während hier alles ausgebaut wird, die Bäume abreißen. So, hier haben wir jetzt mehr als genug Platz. Muss doch weg, hä? So, jetzt machen wir doch die kranken Bäume weg. Gut. So. Euer Gebäude wurde ausgebaut Sehr schön Sehr schön